In der medialen Szene wird viel über Jenseitskontakte erzählt. Und manch einer fühlt sich dabei schnell verunsichert, weil er oder sie diese besondere Gabe nicht hat. Doch das ist ein Irrtum, sagt unser heutiger Gast. Wir alle haben nämlich eine Verbindung zur geistigen Welt. Und es braucht nur einen Bruchteil von einer Sekunde, um diesen herzustellen. Es ist also keine Frage des Glaubens, sondern des Wissens mit der richtigen Technik. Wie die Kommunikation zwischen den Welten wirklich funktioniert und wie wir diese gezielt nutzen können, darüber sprechen wir jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen zu Taibi. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube, nicht mal ich kann den Namen richtig aussprechen, aber das passt ganz gut, ja. Was hat dieser Name für eine Abstammung? Das ist ein marokkanischer Name. Man sieht es mir an, oder? Komplizierte Geschichte. Bisschen südländisch, ja. Schön, dass du da bist. Ich habe es gerade schon gesagt, es geht um Jenseitskontakte. Du bist ein Medium und spirituelle Beraterin schon seit über 20 Jahren. Ja, ich habe vor 20 Jahren angefangen, ja. Also, wir machen einfach mal das Feld jetzt hier auf. Ich finde dieses Thema immer wieder spannend, von jeder Seite da ranzugehen, zu beleuchten, weil viele haben auch eine andere Sicht auf die Sache. Und du bist ja eigentlich eher so eine rationalere, also kann man das so sagen, von der Atheistin zum Medium. Ja, es war nicht immer so. Korrekt, ja. Ich bin ein bisschen atypisch in dieser spirituellen Szene. Ich würde schon sagen, ich bin eher der Anti-Held in der medialen Szene, weil ich schon sehr nüchterne Perspektiven reinbringe in die Kommunikation zwischen den Welten. Und auch das Wissen über die geistige Welt, da, glaube ich, kommt eine neue Ära, in die wir jetzt eintauchen. Und dafür sind ein paar neue Gedankengänge auch interessant. Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, überhaupt etwas über die geistige Welt zu erfahren und dass es sie überhaupt gibt? Also dieses Bewusstsein dafür zu haben? Nun, sie stellt unseren Ursprung dar. Sie stellt einen überaus großen Teil unserer Welt dar, unabhängig davon, ob wir uns dessen bewusst sind, dass sie existiert oder nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wenn die Menschen wüssten, woher sie kommen, warum sie hier sind und wie groß diese ganze Welt ist aus diesen unterschiedlichen Welten. Ich glaube dann, ja, ich kann nicht verstehen, wie es jemand gibt, der sich dafür nicht interessiert. Und bei allem Respekt, ich glaube, jeder Mensch kommt irgendwann an einen Punkt, wo er sich die Frage stellt, gibt es ein Leben nach dem Tod? Woher kommen wir? Was ist der Sinn dieser ganzen Geschichte hier? Also ich glaube, das kann ganz viele Antworten geben. Na, spätestens dann, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, dann ist eigentlich meistens dieser Punkt, wo man damit zum ersten Mal konfrontiert wird. Ja, und dann spätestens dann, wenn wir selber kurz davor sind zu gehen, beziehungsweise es dann auch realisieren, dass uns nicht mehr viel lange Zeit oder nicht mehr viel Zeit bleibt. Also je schneller wir uns damit beschäftigen, umso besser, sagst du. Dann legen wir doch mal los. Also ich habe es vorhin überspitzt gesagt, weil in deinem tollen Buch hast du das wirklich auch so gesagt. Ist es wirklich in einer Sekunde gemacht? Also aufgeschaltet? Korrekt, ja, dass wir es dann verstehen, dass in dem Moment der Kontakt entsteht, das dauert ein bisschen. Aber der Kontakt ins Jenseits, der findet eigentlich schon in jeder Sekunde statt, nur realisieren wir das nicht. Und das Ziel ist es, zu erkennen, wann der Kontakt stattfindet und die Informationen, die fließen, auch zu filtern, weil die gehen unter in diesem alltäglichen Rauschen von Überlebensmodus, befriedigen wollen. Das heißt, es ist da, aber wir erkennen es nicht als solches. Also du sprichst von verschiedenen Hellsinnen, die wir hier haben. Also das heißt, gibt es eine natürliche Medialität, die man verallgemeinern kann für jeden von uns? Also welche Sinne sind das? Die Basis der Kommunikation zwischen den Welten stellt für mich eben dieses Hellfühlen, Hellsehen, Hellriechen, Hellhören, Hellschmecken dar. Also das ist eine nicht-physische Art der Kommunikation über diese mentale Ebene, weil die Hellsinne ja auch eben mental wahrgenommen werden können, das heißt durch unseren Geist, durch unsere Vorstellungskraft. Und diese Brücke, wenn wir sie denn als solches erkennen, können wir nutzen und die sind Teil unserer Ausstattung dieses menschlichen Lebens hier. Und da kann man sagen, ja, die einen denken, Hellsinne, das ist alles Quatsch, aber unabhängig davon, ob ich daran glaube oder nicht, existieren diese Sinne und sind eben auch Teil dieser Kommunikation. Was sind denn so typische, also ich fange mal so ein bisschen spooky an, ja, weil man hat ja da doch immer so eine Vorstellung wie Poltergeist, dass man sagt ja so, dass da irgendwie, wenn du in Häuser kommst oder so, oder man hat so einen kleinen Windhauch mal gespürt, was kühl ist. Gibt es denn so Phänomene, wo man sagt, das sind so typische Erscheinungen von, naja, Verstorbenen, die sich da gerade noch melden und mit uns in Kontakt treten wollen, kann man das so sagen? Gibt es das überhaupt? Also man muss ja unterscheiden, es ist das, was ich als Medium mache, nennt man die mentale Medialität. Das heißt, wenn wir über die Hellsinne einen Kontakt herstellen, einen nonverbalen, viele vergleichen das auch mit einer Art Telepathie. Das ist die kontrollierteste Art der Kommunikation zwischen den Welten, für uns noch inkarnierte Wesen. Und dann gibt es eben noch die Art der Kommunikation der geistigen Welt, wenn sie Phänomene produzieren. Und das kann ganz basisch anfangen, indem wir das Streicheln eines Verstorbenen spüren. Und oft ist es dann, fängt es ganz sanft an mit einem Hauch von einem Wind oder einem Kribbeln an einer Stelle. Oft spüren wir es auch am Arm. Das ist mal so eine ganz, ganz simple Art des Kontaktaufnehmens. Und das geht dann weiter bis hin zu, na starten wir mal mit Lichtphänomenen. Das heißt, Lampen, die an- und ausgeschaltet werden. Ich habe in meiner Kommunikation, in meiner persönlichen Kommunikation mit meinen Verstorbenen, haben wir manchmal Spiele gemacht, dass sie mit dem Fernseher an- und ausschalten. Das fand ich immer, die ersten paar Male bin ich erschrocken, ganz ehrlich. Weil man merkt, dass dann ein Verstorbener kommt und die wollen kommunizieren. Und dann merke ich, na ja, ich bin am Fernseher gucken und die wollen jetzt eher kommunizieren. Und nachher, okay, ich schalte mal den Ton aus und jetzt könnt ihr ja kommunizieren. Ich habe gemerkt, das hat dir nicht gepasst. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann könnt ihr ja auch das Ding ausschalten. Und es ging zwei Minuten und das Ding schaltete sich von allein aus. Und das war jetzt kein moderner Fernseher, der so einen Modus hat. Das war noch eins der alten Dinger. Und da habe ich dann erkannt, ich kann mit denen interagieren bzw. sie mit mir, indem sie Phänomene produzieren. Und überall dort, wo schon Strom drauf ist, ist es für sie einfacher, es zu manipulieren. Das heißt, es kann auch sein, dass ein Fernseher angeschaltet wird. Aber es wird denen leichter fallen, wenn er schon an ist, wenn er schon unter Strom steht, den dann zu manipulieren. Zumindest ist meine Erfahrung. Also es gibt sozusagen Spuk, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Phänomene, die wirklich real sind und auch selbst produzierte, oder? Also diese, es gibt ja auch viele Leute, die in ihren Fantasien, also die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Inwieweit ist das denn auch Tatsache, dass da viele Leute sich auch eine Menge Sachen einbilden? Das gibt es verhältnismäßig häufig, dass wir einen Spuk selber produzieren. Vor allem sieht man das oder findet das statt in jüngeren Jahren. Das heißt, im Teenager-Alter, da habe ich auch Erfahrungen gemacht. Eben nicht nur diese Spielereien in der Kommunikation zwischen den Welten, sondern ich habe eine Affinität und das klingt jetzt sehr eigenartig. Aber das war für mich dann, man hat eine Emotion und darauf folgend einen Effekt in der Materie. Das ist dann ein sehr guter Beweis, vor allem wenn das häufiger passiert. Und das startete mit Lampen, die naja, explodieren. Das klingt jetzt ein bisschen heftig, aber die sind nicht einfach ausgeschaltet, sondern es gab wirklich einen Kurzschluss. Das wurde nicht produziert von einem Verstorbenen, sondern durch mich. Das ging dann so weit, bis es zu ganzen Stromausfällen von Gebäuden kam. Zuerst dachte ich, es sei ein Kontakt aus der geistigen Welt. Nur habe ich dann erkannt, dass es immer in Kombination mit einer, sagen wir es mal nicht sehr schönen Emotion in mir, Überschneidungen gab. Und immer dann, wenn ich gemerkt habe, ich bin kurz davor zu explodieren innerlich, wegen einer Situation gab es dann diese Entladung in der Materie. Und viele ganz heftige Phänomene, die scheinbar aggressiv sind, wie dass dann Schmauchspuren an der Decke sind, weil die Lampe das nicht mehr ausgehalten hat. Das empfinden wir zuerst mal als, wow, das muss negativ sein. Aber wir sind Teil der physischen Welt, beziehungsweise unser Geist durchdringt die Materie und eben nicht nur den physischen Körper, sondern das morphogenetische Feld. Und dadurch eben auch das, was drumherum ist, die Wände, die ganze Elektrizität. Wir können das beeinflussen. Bewusst wie auch unbewusst können wir das beeinflussen. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass nicht nur die geistige Welt uns beeinflusst, sondern wir beeinflussen auch sie. Wie ist das gemeint? Es macht einen Unterschied für einen Verstorbenen, ob er bemerkt, dass wir uns noch um ihn kümmern, beziehungsweise wir ein Interesse daran haben, noch etwas zu lösen. Das ist vielleicht der Extremstfall. Wir verlieren jemanden und wir konnten da viele Dinge nicht klären miteinander. Nehmen wir mal an, da gibt es einen Vater und dieses Verhältnis zwischen Tochter und Vater, war immer sehr schlecht. Da gab es vielleicht schon Dinge, die unschön waren, die passiert sind. Und er stirbt und er haut aus unserer Perspektive einfach ab. Er ist einfach weg und ist aus der Verantwortung raus. Und zu erkennen, dass mal die Verantwortung nicht mit dem Tod stirbt, sondern dieser Prozess weitergeht, ermöglicht uns ganz viel Heilung, wie auch für den Verstorbenen. Denn nur weil er stirbt, heißt es nicht, dass er zu einem Neutrum mutiert. Und hat auch nicht zwangsläufig ein höheres Bewusstsein. Korrekt. Der freie Wille ist da ein sehr interessanter Aspekt drin. Das bedeutet jetzt aber nicht, weil ich höre, Leute schon schreien bei dieser Aussage. Das bedeutet nicht, dass wenn wir sterben, wir da Höllenfeuer und in der Qual. Es gibt schon Vorteile, wie eine Befreiung, die stattfindet. Dieses Gefühl von, wir kommen wieder nach Hause, wir haben diese Erkenntnis. Wir werden unabhängig davon, ob wir nette Menschen waren oder nicht, werden wir aufgenommen und wir werden nicht gewertet. Aber die Konfrontation mit dem, was geschehen ist, mit dem, was wir getan haben, mit den Emotionen der Hinterbliebenen, diese Konfrontation findet sukzessive statt, wenn wir in diese Zwischenebene eintauchen. Das heißt, es findet eine Entwicklung statt für den Verstorbenen. Und da macht es einen Unterschied, ob er sieht, dass die Tochter vielleicht noch ein Bewusstsein hat, vielleicht sogar diese Tür selber auch aufmacht zu ihm, damit er dann ihr Stück für Stück zeigen kann, wie sich sein Bewusstsein da verändert, ihr gegenüber, der Geschichte gegenüber. Und wenn sie das dann nicht tut, und ich hatte schon öfters Klienten, die gesagt haben, nee, Papa, nee, der kann mir gestohlen bleiben. Und das ist okay, wenn jemand diesen Kontakt nicht haben will, dann werde ich nicht zwingen. Aber es macht dann in dem Moment schon einen Unterschied, würde ich sagen, für beide Parteien, ob man es schafft, dann doch zu vergeben, weil das dann einen Effekt hat für den Verstorbenen. Aber ist denn auch, ich sage mal so, wenn der Verstorbene selbst in so einer Zwischenebene festhängt, sage ich jetzt mal so, was heißt festhängt? Er ist einfach da als Bewusstseinsfeld. Er hat zwar keinen Körper mehr, aber es heißt ja nicht zwangsläufig, dass er den Rat, den er gibt, immer auch der Richtige ist, oder? Nur weil es in der geistigen Welt ist. Das heißt, er kann ja genauso irren. Oder? Irren, das ist, ich nenne es lieber, er hat seine eigene Meinung. Und ob die dann so clever ist oder nicht, okay. Dann kommt in die Wertung, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Okay, aber nehmen wir mal an, es verstirbt jetzt jemand, der Transit ist erfolgt. Ich würde jetzt gerne kurz eingehen auf das Thema, wie so ein Transit stattfindet. Was passiert oder aus Erfahrung von dir, wie gehen Menschen aus dem Tod raus und wie bewusst ist ihnen der Übergang? Nicht aus dem Tod, sondern aus dem Übergang in die andere Welt. Ganz unterschiedlich. Es gibt, technisch gesehen, findet, es kommt darauf an, ob wir aus dem Körper spicken durch einen, nennen wir es mal, Unfall und wir sind innerhalb von einer Sekunde tot. Ob wir eine Krankheit durchlaufen, wie zum Beispiel Krebs und vielleicht über mehrere Monate ganz starke Morphine Medikamente nehmen. In diesem Prozess ist es so, dass es ganz oft schon außerkörperliche Erfahrungen gibt, wobei der Sterbende das nicht immer als solches erkennt, weil die Morphine ja auch psychoaktiv sind und Halluzinationen zum Teil verursachen können. Das heißt, für die ist es dann oft schwierig zu sagen, naja, in welchem Zustand bin ich jetzt, lebe ich noch, bin ich schon verstorben. Also sie wissen nicht, ob sie wirklich noch einen Körper haben? Wenn die unter solchem Einfluss sind und je nach Stärke dieses Einflusses, und ich habe einige Menschen schon so begleitet, die diesen Prozess durchgemacht haben, sieht man, dass sie dann auch ein bisschen verwirrt sind. Das heißt, gar nicht mehr richtig sagen können, sind sie schon draußen, sind sie noch drin. Und da kann es eine Weile dauern, bis sie diesen definitiven Transit als solches erkennen, weil sie zuerst denken, ach Oma, ach ja, das ist jetzt, die können dann noch nicht ganz sehen, also die verstorbene Oma, die sind dann unsicher, okay, das war jetzt ein Traum, oder hat sie mich jetzt wirklich schon besucht, weil sie mich abholen will? Also diese Prozesse verschwimmen ein bisschen. Wobei, wenn der definitive Schnitt stattfindet, das heißt, und ich spreche jetzt nicht von einer Nahtoderfahrung, wo es darum geht, wieder zurückzukommen, das ist ein anderer Prozess. Wo es abgekoppelt ist, wirklich. Genau, weil wenn wir definitiv abgekoppelt werden, wo wirklich der Sinn ist, dass wir nicht mehr zurückkommen, dann technisch gesehen gibt es da kleine, aber feine Unterschiede, auch wie wir das dann wahrnehmen. Das heißt, eine Nahtoderfahrung, da gibt es Reisen ins Jenseits, aber die Eigenwahrnehmung ist noch einmal leicht eine andere, als wenn wir dann definitiv abgekoppelt sind vom Körper. Okay, ab wann kann ich denn einen Verstorbenen kontaktieren? Also im Krankenhaus gerade verstorben, Stunde später, ist das dann schon möglich oder muss ich da vier Wochen warten? Eigentlich innerhalb der Sekunde, wo der stirbt oder gestorben ist, technisch gesehen. Ja, das heißt, es kommt darauf an, ob er das in dem Moment erkennt, dass er draußen ist. Und kommunizieren will. Ja, und will, genau. Das Erkennen und das Wollen macht es dann möglich. Und da habe ich schon Verstorbene gehabt, die Menschen kommen ja zu mir und das dauert manchmal eine Zeit, bis sie kommen können. Das heißt, da vergeht immer eine gewisse Zeit. Aber die Frischverstorbenen, da habe ich solche erlebt, die haben so kommuniziert, als ob sie nie was anderes gemacht hätten. Andere haben da eher noch Mühe. Also ich habe gemerkt, dass es keinen Unterschied macht, wie lang jemand schon verstorben ist. Ob die Kommunikation dann stabil und gut ist, aus unserer Perspektive oder nicht. Könnte ich jetzt, wenn ich jetzt mich mit dem Thema auseinandersetze, ich stelle jetzt mal eine ganz blöde Frage und ich war so ein Michael Jackson Fan. Und ich würde gerne mal Michael Jackson was fragen. Ginge das oder muss ich, kann ich nur die Seelen befragen, die letztendlich in meiner Seelenfamilie sind oder die mit mir in Kontakt waren oder auch nicht, aber zu meiner Familie gehörten? Ich hätte jetzt eher gedacht David Bowie, aber... Ich bin ein Michael Jackson Fan. Man kann es probieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige oder dass Michael mit dir kommunizieren will, gut, du bist jetzt mittlerweile, du bist kein unbeschriebenes Blatt. Das kann schon sein, dass... Moment bekommen haben, dass du da... Und du bist jemand, der einiges transformiert hier auf Erden. Aber trotzdem, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß, weil es da keinen persönlichen Bezug gab zwischen dir und ihm. Aber sind nicht meine Emotionen und jahrelanges im Bett liegen und den Anschmachten und die Musik hören nicht einen Bezug? Stell dir mal vor, wie viele es gibt, die das gemacht haben. Und da würde jeder die Chance nutzen. Gut, aber jetzt, ich finde das ganz gut, dass wir diese Frage hatten. Inwieweit bestimmt denn das Medium selbst? Also ich würde jetzt zu dir kommen als Klientin. Und ich habe immer so ein bisschen bei einigen den Eindruck gehabt, entschuldige dich, dass ich das so direkt ausspreche, dass das, was sie sagen, oder besonders, wenn man auch etwas wahrnimmt, also dir etwas mitteilt, ohne dich zu fragen, dass da immer eine Einfärbung ist von den eigenen konditionierten Dingen. Ja, wie man religiös erzogen wurde, dass die Bilder und das, was sie sehen, immer eingefärbt ist von der Persönlichkeit des Mediums. Ist das in der Regel immer so, weil es ja die Kommunikation, also das Sprachrohr ist? Oder kann man sich als Medium wirklich frei davon machen, dass es durch einen durchfließt? Es ist nicht einfach, sich von den eigenen Konditionierungen und Vorstellungen frei zu machen. Ein Beispiel. Ich bin ja sehr antireligiös erzogen worden. Das heißt, es gab da nie so einen Bezug zu der Vorstellung von Engeln. Und ich weiß, das klingt jetzt ganz eigenartig, aber ich bin einfach nicht erzogen worden. Und ich habe noch heute diese Konditionierung, dass, wenn ich in die geistige Welt eintauche, zwar unterschiedliche Bewusstseinsformen wahrnehme, Intelligenzen, aber ich nie den Impuls hatte, oh, das ist jetzt ein Engel oder das ist jetzt ein aufgestiegener Meister. Weil ich diese Resonanz, ich bin da gefärbt durch diese nüchterne Erziehung. Was siehst du dann? Unterschiedliche Intelligenzen. Ach so, für dich ist das dann, also okay. Genau, das sind unterschiedliche Bewusstseinsformen, unterschiedliche Intelligenzen. Und ich kann die dann anhand eines Gefühls oder ich habe die Vorstellung eines Multiversums, nicht nur eines Universums, sondern dass wir mehrere Universen haben, wo unterschiedliche Gemetzel, oh Gott, Gemetzel, Gesetzmäßigkeiten. Gemetzel wolltest du sagen? Du, wer weiß, was das, geh doch da mal rein gerade. Welche, welche, wer will denn da gerade durch dich hindurch gerade was sagen? Oh, Gemetzel. Nein, ich habe das gestern gerade gesagt, ich habe einen leichten Hang zur Legasthenie. Und gerade wenn ich sehr anspruchsvolle Zeiten habe, dann fange ich an, Wörter zu verwechseln. Das weiß niemand. Das soll auch so bleiben. Nein, 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 kein Problem. Nein, und ich habe dann wirklich, ich habe schon seit Tagen, habe ich Worte, die Überlagerungen mit Worten. Nein, es sind wirklich andere Gesetzmäßigkeiten in diesen anderen Ebenen. Und da finden auch andere Inkarnationen statt, beziehungsweise sind auch andere Bewusstseinsformen. Du sprichst von, also ich rede jetzt mal von einem Medium, sprich du und eben auch die Menschen, die eben auch dein Buch lesen oder so jemand wie ich, der sagt, ich will das unbedingt lernen. Ich will jetzt auch Kontakt herstellen zu wem auch immer. Du nennst das innere Projektionsfläche. Was ist damit gemeint? Also ist es das, was du gerade erklärt hast? Ach so. Die innere Projektionsfläche ist für mich das Hellsehen, das dritte Auge. Gleichzeitig findet da aber auch die Abwicklung der Vorstellungen und der Fantasie statt. Und da kann es eben auch vielleicht anzuknüpfen an einem Punkt. Wir sind auch da geprägt von dem, was wir sehen können oder nicht sehen können. Je nachdem, was wir gelernt haben, egal ob das jetzt auf spiritueller Ebene ist oder ob wir beruflich etwas Spezifisches gelernt haben, ist diese innere Projektionsfläche dann vorbereitet oder vorimprägniert mit gewissen Vorstellungen. Also jedes Medium wird dann eine andere Vorstellung haben über die geistige Welt. Und auch noch dann, wenn wir sterben und in diese andere Ebene eintauchen, sind wir sogar in der ersten Etappe beeinflusst von unserer Vorstellung. Das heißt, wir kreieren in der ersten Phase eine eigene Version der geistigen Welt, nur als Gedankenanstoß. Und die Basis der Kommunikation ist für mich, weil ich ein sehr visueller Typ bin, stellt eben diese innere Projektionsfläche dar, ist Vorstellungskraft wie auch eben drittes Auge. Und da ist schon ein Konflikt, den man erkennen kann. Nämlich das dritte Auge ist nicht etwas anderes als meine eigene Projektion oder es findet auf der gleichen Ebene statt. Und da kann es halt sein, dass es gewerbt wird durch meine Ideen. Okay, also ich muss jetzt den nächsten Kracher bringen, den du gesagt hast, weil das habe ich noch nie irgendwo gehört, dass wir nicht nur vorwärts, sondern rückwärts inkarnieren. Das finde ich total phänomenal, weil die Frage stellt sich natürlich auch, wenn nach der Reinkarnationstheorie, kann ich denn mit einem Verstorbenen Kontakt aufnehmen, der bereits wieder inkarniert ist? Also das ist alles so, räum mal bitte auf in meinem Kopf, wie das alles zusammenhängt. Also das sind zwei Aspekte. Erstens mal kann ich mit jemandem kommunizieren, der bereits inkarniert ist, reinkarniert ist wieder aus meiner Perspektive. Nein, ich spalte die Seele nicht in weiß nicht wie viele Teile, sondern ich reduziere das auf Wachbewusstsein. Ganz vereinfacht gesagt. Das heißt, wenn das Wachbewusstsein wieder im Körper ist, dann kann ich schlecht einen Dialog herstellen jetzt als Medium. Das heißt, du wärst jetzt in einem anderen Körper inkarniert. Ich muss aber jetzt mit Peggy kommunizieren, weil da jemand aus der Familie mit Peggy kommunizieren will. Und diese Wachbewusstsein von Peggy ist jetzt schon wieder irgendwo anders drin. Das heißt, wenn ich einen Dialog mit deinem Bewusstsein, mit deinem Wachbewusstsein wollte und ich da einen Dialog schaffen würde, dann würde es bedeuten, dass ich hier auf physischer Ebene eine telepathische Kommunikation mit dir hätte. Weil Dialog heißt, du verstehst mich, wenn ich mit dir spreche. Ich kann aber Informationen über dich als Peggy erhalten aus der geistigen Welt, ohne in einem Dialog mit dir zu sein. Ist es das höhere Selbst dann, was da mit dir kommuniziert? Oder ist das eine Gruppe von Wesenheiten? Nein, das höhere Selbst ist nochmal ein anderer Teil. Das ist der Teil, der konstant verbunden ist mit der geistigen Welt, zu dem wir ja nicht konstanten Bezug haben, zumindest nicht im Bewussten, sondern als mentales Medium spreche ich mit diesem Wachbewusstsein des Verstorbenen. Und das kollektive Bewusstsein innerhalb der geistigen Welt ist nochmal eine, ich würde nicht sagen, andere Intelligenz, weil wir selber, jetzt wird es super kompliziert. Hau rein! Teil sind dieser Intelligenz, auch noch währenddem wir inkarniert sind, sind wir Teil dieses kollektiven Bewusstseins der geistigen Welt. Okay, und auf Deutsch. Du stopfst mich, wenn man es keinen Sinn macht. Wie inkarniere ich denn rückwärts? Das funktioniert, weil die Zeit nicht existiert. Die Zeit ist Konstrukt der physischen Welt, das heißt unseres physischen Universums. Sobald wir außerhalb dieses physischen Universums sind, und wie viele hast du schon gehört, die gesagt haben, ja, in der geistigen Welt gibt es keine Zeit. Das ist ja eigentlich so, ich glaube, das ist ja kein neuer Gedanke, dass es in der geistigen Welt keine Zeit gibt. Nee, nee, das ist mehr, ja, ja. Nur was bedeutet das, wenn es dort keine Zeit gibt? Dann gibt es auch keine Zukunft und keine Vergangenheit, oder? Korrekt. Was also bedeutet, dass wir vorwärts... Da, wo immer unser Mind hingeht. Genau. Das heißt, Zeit existiert nicht aus der Perspektive dieser anderen Dimension. Also ist das der größte Schwachsinn zu sagen, naja, dann warten wir mal, nach 20 Jahren inkarniert er wieder oder nach 100 Jahren... Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Es macht für uns als hier noch jetzt limitierte, wir sind ja nicht limitierte Wesen, aber wir sind schon in unserer Vorstellungskraft auf unser Universum reduziert. Aber sobald wir das Universum verlassen, können wir nicht, das geht nicht, das sind nicht gleiche Schablonen. Okay, kommen wir mal zurück zum Kontakt. Ich möchte gern einen Kontakt herstellen und du hast da so eine Art Kontrollraum erschaffen oder wie auch immer so eine Art Schutzraum, den man sich aufbauen sollte vorher, das so empfiehlst du es. Warum ist der so wichtig und gibt es da wirklich Gefahren, die man wissen muss? Gut, ein Teil ist sicher, dass ich ein Kontrollfreak bin und ich mich irgendwie wohlfühlen muss und ich habe sehr früh damit gestartet und ich hatte Angst, ganz ehrlich. Was denn? Vor einem Kontakt zu einem Jenseits mit irgendwelchen Verstorbenen zu kommunizieren, mit den eigenen, das geht ja noch, aber wenn man genau weiß, man will das beruflich machen und dann tausende, tausende von Kontakten, Fremdkontakte machen muss oder tut, dann glaube ich, fühlt sich jeder irgendwie wohler oder ich zumindest fühle mich da wohler, wenn ich weiß, ich kann sagen, wann ich einen Kontakt haben will und wann nicht. Wenn ich zu jeder Tages- und Nachtzeit immer offen bin, dann kommen die auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn du so viel wahrnimmst, also ich habe die ganze Zeit hier oben wie so eine Art Druck auf den Kopf, vielleicht habe ich zu wenig getrunken, melden die sich so an mit einem Gefühl bei dir, dass du das schon merkst oder musst du sie wirklich einladen und darum bitten? Ganz unterschiedlich. Das kommt auf den Kontakt drauf an, das kommt auf die Situation drauf an. Die Verstorbenen oder das Jenseits weiß ungefähr, wie ich funktioniere, weil ich dieses System schon über Jahre nutze. Das heißt, die gewöhnen sich auch dran, die wissen, okay, das ist der Deal. Und die Wahrnehmung, das kann eine visuelle Wahrnehmung sein, das heißt, dass ich über mein drittes Auge jemanden im Raum sehe, also nicht über das physische Auge, weil dann wäre es ein Phänomen, eine Manifestation, die alle gleichzeitig sehen könnten. Das heißt, alles andere ist einfach die innere Projektionsfläche, die sich projiziert in den physischen Raum. Also es kann so ein Aspekt sein, es kann sein, dass ich es physisch spüre und auch einfach nur ein Gefühl, was in mir auftaucht, dass jetzt noch 20 andere Menschen hier um uns herum schwirren. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Idee habe, ich würde gerne Kontakt aufnehmen mit meiner Großmutter, kann es eben auch sein, dass da ein anderer sich in die Pipeline reinmischt und dazwischen bubbelt? Ja, das kann sehr schnell passieren. Deswegen braucht es so eine Art Raum, wo wir sagen, hey Leute, einer nach dem anderen, ob sie sich dann sofort dran halten oder nicht. Wie beim Arzt, ne? Wartezimmer. Genau. Zieht meine Nummer. Ja, weil nur weil sie da sind, das kann gut sein, dass jetzt der Opa auch noch da ist, der respektiert, dass du lieber mit Oma kommunizieren möchtest, aber trotzdem unterstützend sein will und in die Nähe kommt und du dann eher an Opa andockst, obwohl du eigentlich mit Oma sprechen wirst. Weil du siehst ja nichts, du bist dann blind und versuchst da irgendwie was wahrzunehmen und ich nenne das immer so Grapschen in der Dunkelheit und das, was man dann irgendwie spürt, weil es halt gerade dominant ist, das nehmen wir dann wahr, heißt aber nicht nötigerweise, dass es genau den ist, den wir wollen. Unabhängig, ob Opa jetzt kommunizieren will, das verstehst du, was ich meine? Einfach schon nur durch seine Präsenz. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Ich nehme einfach mal an. Könnte man mit einem Verstorbenen streiten? Also nehmen wir mal an, da kommt jetzt... Oh ja. Echt ja? Also streitest du dann und sagst, jetzt halt mal den Mund. Aber könnte ich jetzt über dich mit meinem Opa streiten und sagen... Ja. Echt? Ja, das ist möglich. Ich weiß, das ist was vom Unromantischsten, was man sich vorstellen kann, aber tatsächlich. Also es kann passieren, wenn dann Vorwürfe kommen, weil die hängen ja wahrscheinlich irgendwo noch mit ihren Emotionen. Das war für mich auch neu, dass die komplett Emotionen noch haben. Das heißt, die Emotionen sind nicht an den physischen Körper gebunden. Was sind Emotionen? Emotionen sind Energie. Genau, also gebündelte. Ja, es gibt eine Imprägnierung auf unser Bewusstsein, welches nicht stirbt durch den Tod. Und das nehmen wir mit. Das heißt nicht, dass wir 24 Stunden dann stinkig sind aufeinander. Ja, wir vielleicht schon, wie die Hinterbliebenen. Aber der Verstorbene nicht. Nur wenn er sich dann mit dir beschäftigt, dann geht dieser Raum wieder auf an Erinnerungen, an Emotionen, an Unaufgelösten. Und der geht dann in den Prozess. Das heißt, es ist aber nicht, dass Opa oder eben der Vater die ganze Etappe konstant verbunden ist mit diesen Emotionen. Sondern ich habe dieses Bild, dass da ein Raum wieder aufgeht an Erinnerungen und das Emotionen auslöst. Nur das in einer massiveren Wucht, als wir es hier erleben, weil es nicht mehr gefiltert kommt. Weil es vielleicht sein kann, dass da die Emotionen von dir, vielleicht noch von anderen Familienmitgliedern, von Freunden, und dann reiht sich das auf und wir haben das nicht mehr so gefiltert, dass wir es nur noch von jemandem wahrnehmen. Sondern das ist vollumfänglich spürbar, wenn wir hinschauen. Du hast, was auch noch spannend war, dass wenn wir, also keiner reinkarniert neu in deiner Seelenfamilie, solange du noch hier bist. Korrekt. Solange mein Wachbewusstsein noch hier feststeckt. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Wie erklärst du das? Und es gibt keinen Druck, erstens mal, dass man da sich beeilen muss, aus Perspektive der geistigen Welt sofort wieder einzutauchen, weil eben Zeit nicht existiert und weil wir ein Kollektiv darstellen. Wir beeinflussen uns gegenseitig. Ich bin hier für dich, du bist hier für mich. Wir machen gemeinsam Prozesse durch und das meine ich auch mit Verantwortung stirbt nicht mit dem Tod, sondern der Prozess der Entwicklung geht weiter. Auch mit den Menschen, die wir hier erlebt haben. Das heißt, meine Erfahrungen dienen ja jetzt auch denen, die schon im Jenseits sind? Ja. Ja. Also, was ich eben interessant finde, ist, also entscheiden wir auf höherer Ebene immer bewusst, wann wir sterben und wie wir austreten, nur dass wir uns dann in dem Moment nicht erinnern? Ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir das wirklich selber alles entscheiden können, weil es, wie gesagt, nicht nur darum geht, dass es um meine Ego-Pfriedigung und meine Entwicklung geht, sondern wir das aus einer Perspektive eines Kollektiv betrachten müssen. Weil wenn es nur um mich geht, um meine Entwicklung, klar, dann gucke ich nur, dass ich zu meinem besten Wohl alles auslegen kann für eine Inkarnation. Aber dann geht der Plan nicht mehr auf, weil es eben um mehr als nur den Einzelnen geht, sondern wir eine Interaktion, wir konstant haben eine gemeinsame Entwicklung. Dann ist das die Seelenfamilie. Habe ich das richtig verstanden? Kann man das so sagen? Ja, vereinfacht ausgedrückt, ja. Wer gehört denn zu meiner Seelenfamilie? Also auch mein Feind? Also Feind im Sinne von, mein Boss, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme, mit dem ich da wirklich 20 Jahre zu tun habe? Ja, sonst wärst du nicht so lange an den gekoppelt, wenn es nicht einen tieferen Sinn gäbe, diese Transformation mit ihm durchzumachen. Und da ist jetzt nicht dieses Werten, was ist gut, was ist schlecht, das findet bei uns statt. Aber genau so eine Konstellation kann sehr wertvoll sein für das größere Ganze, für die Entwicklung. Das heißt, wenn meine Mutter früh verstirbt, hat sie selbst mit ihrem Tod sich dem Kollektiv zur Verfügung gestellt, um gewisse Prozesse durch diesen Tod oder durch das Weggehen letztendlich das voranzubringen. Ja, und eben nicht nur für sich selber, sondern auch für die Hinterbliebenen, weil das einen Schmerz auslöst, weil das eine Entwicklung auslöst. Und bei mir, das war der Grund, warum ich überhaupt, ich meine, ich hätte es vielleicht auch so getan, diesen frühen Prozess, der nicht immer einfach war, mich mit Medialität, mit Paranormalen auseinanderzusetzen, weil man da schon, und auch noch heute ist es nicht immer einfach, weil die Gesellschaft da durch diese Angst, die sie hat, manchmal sehr angriffig werden kann zu Menschen wie mich, die das machen, die das öffentlich machen. Das heißt, man muss da immer entgegenhalten gegen etwas. Und dieser Prozess wurde eben durch einen frühen Verlust, den ich auch, und ich bin sonst jemand, der nicht viel Persönliches erzählt, aber dass man auch mein erstes Werk ist, habe ich das mit reingebracht. Ein Kurs in Medialität. Ich zeige es nochmal, wer das erzählt. Und das durch diesen frühen, frühen Verlust hat es mich auf den Weg gebracht. Ich glaube nicht, dass ich so viel auf mich genommen hätte, wenn ich diesen frühen Verlust nicht erlitten hätte. Also dieser Tod dieses geliebten Menschen war absolut essentiell für mein Vorwärtskommen. Und als kleines Kind und als Teenager habe ich eigentlich, auf gut Deutsch gesagt, nur diese Arschkarte gesehen, die ich bekommen habe. Okay, mein Leben ist... Du bist allein, verlassen. Ja, und das hat so eine Welle ausgelöst, dieser Tod in meinem Leben, dass ich viele, ich glaube viele... Also entweder zerstört es dich, das, was ich erlebt habe, das, was es ausgelöst hat, oder du machst etwas draus. Du erkennst den Prozess dahinter, du erkennst, was... Ja, das trifft doch eigentlich genau den Satz, der mir so am Herzen liegt immer, dass hinter deinem größten Problem, deine größte Gabe liegt, ja. Wenn du das als, wenn du es transformiert bekommst. Das macht doch auch Sinn, weil wir sagen ja in der Gesellschaft immer, ja, da ist jetzt schon so lange tot und man, du musst den endlich loslassen. Dieses, lass doch endlich los, ne, leb doch dein Leben und so. Das ist doch in dem Sinne, wenn man das weiß, was du gerade erzählt hast und wenn man das für sich annehmen kann, macht dieser Satz überhaupt keinen Sinn? Loslassen macht überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe, warum das so gefordert wird, weil... Erstens, man muss erkennen, dass der Mensch noch existiert, einen begleitet, aber physisch nicht mehr da ist. Und da ist der Knackpunkt, dass wir dann als Hinterbliebene in diese Selbstsabotage reinkommen und selber blockieren, weil wir das Gefühl haben, wir dürfen nicht mehr Freude haben. Wir dürfen... Keinen neuen Partner nehmen und so Sachen. Genau, keine neue Partnerschaft mehr haben. Wir dürfen lieber glücklich sein, wenn der Sohn so früh verstorben ist. Und wir hängen dann in dieser toten Erinnerung drin und sabotieren unser Vorwärtskommen. Und das ist nicht gut. In dem Sinne sollte man loslassen. Aber nicht den Menschen das Bewusstsein so, hey, mein Junge ist noch da und der ist nicht verloren gegangen und der will mich unterstützen, der begleitet mich. Und wenn ich sterbe eines Tages, wird der immer noch da sein. Also diese Erkenntnis kann ganz heilsam sein. Aber wenn der noch da ist, inwieweit können die sich jetzt auch anheften an mich? Und dann sind es wiederum auch Anhaftung und Besetzung. Also dann ist es ja auch wieder, es könnte ja auch energetisch dann auch mir schaden letztendlich. Also die sind ja nicht nur abgekoppelt von uns, wo auch immer im Raum, sondern manche sind ja da auch Energieräuber. Hast du damit auch Erfahrung oder gibt es das in deinem Universum nicht? Ich bin da sehr nüchtern, wenn es um dieses Thema geht. Okay. Ich habe da eine sehr klare Vorstellung und die ist nicht so negativ geprägt, wie viele das selber erfahren oder erleben. Weil diese Negativ-Anhaftungen von einem Verstorbenen, das gibt es fast nie. Es kann aber sein, dass wir diese Mutter hatten und diese Mutter, die hat uns nie geliebt. Die war immer fies zu uns. Es gibt es. Gibt es? Man macht es nicht immer nett. Es gibt alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und nehmen wir mal an, diese Mutter stirbt. Und das war für uns irgendwie eine Befreiung, weil sie uns immer dominiert hat. Sie hat uns immer kontrolliert. Wir haben uns nie frei gefühlt, nie geliebt gefühlt. Und die stirbt jetzt. Und die kommt in Kontakt mit uns. Und wir spüren das. Was passiert in dem Moment bei uns als Hinterbliebene? Die erste Reaktion ist die Erinnerung an die Mutter und wie sie war. Und das kann extrem beengend wirken in der Anfangsphase, weil sie kann ja nicht physisch mit dir sprechen. Sie kann nur durch ihre Energie diese erste Kontaktaufnahme machen, dieses Kribbeln an der Haut. Und das löst zuerst mal die Erinnerung aus in dir. Und die ist negativ geprägt. Und das geht dann auf Resonanz? Genau. Und du hast dann das Gefühl, oh Gott, sie dominiert mich wieder. Sie will jetzt schon wieder. Und vielleicht will sie einfach nur sich entschuldigen. Und das geht nicht anders, als dass sie sich zu erkennen zeigt. Und nehmen wir mal an, Mutter war immer so. Und jetzt plötzlich kommt sie und sagt, oh, ich liebe dich über alles. Und du bist das beste Mädchen, was es jemals... So geht das nicht. So läuft das nicht. Die Resonanz ist die, die in den meisten Fällen... Weil dann wäre sie ja sowieso schon woanders wahrscheinlich, oder? Wenn sie da schon frei wäre. Das ist die Frage der Resonanz. Weil du hast diese Resonanz. Und auch noch, wenn sie dir gar nicht den Teil zeigen will, wenn du so geprägt bist, dann reproduzierst du das selber. Dein System reproduziert das in dieser Blendung, in dieser Vermischung der Energien. Und das ist das Tückische. Ja, und das ist nur ein Aspekt. Es gibt noch andere Aspekte. Aber einer der wichtigsten, und gerade dann, wenn es so aufgerieben war immer, das sind oft dann diejenigen, die eben das so erleben, dass da eine Anhaftung ist. Aber ich habe viele Menschen, die so dann zu mir kommen. Und da kann man dann, wenn wir eine Stunde Zeit haben, das wirklich lösen. Weil da ein Heilprozess dann stattfindet. Ein Bewusstsein, was sich verändert. Und ab da erfahren die meisten dann, dass es sich dann doch jedes Mal wieder ein bisschen leichter und einfacher anfühlt, wenn die Mutter kommt. Aber diese erste Brücke muss zerskriert werden. Sonst bin ich konstant so und da geht nichts. Sondern ich Abwehrhaltung. Und die kommt und will noch eher noch heilen und heilen. Und ich fühle mich noch zerquetschter. Wow. Ja, das ist, die Erkenntnis zu, was da gerade stattfindet, ist ganz wichtig. Also, ja, wir könnten jetzt noch drei Stunden über dieses Thema, weil es ist unendlich. Es ist unendlich und es gibt so viele tausende von Facetten. Sue, ich danke dir, dass du uns einen Einblick geschenkt hast in deine Arbeit, in deine Erfahrung, dein Wissen, was 20 Jahre gereift und gewachsen ist. In diesem Buch gibt es wirklich praktische Tipps. Also, ich kann, ich habe es auch alle probiert. Ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Muffensausen manchmal. Und es ist jedem selbst überlassen, das für sich zu studieren. Es ist wirklich simpel erklärt mit tollen Beispielen. Ja, also danke, danke, dass du da warst. Du gibst Seminare auch. Man kann das bei dir persönlich buchen, lernen. Genau, ich bin international unterwegs. Ich bin ja Schweizerin mit spanischen Wurzeln. Habe auch ein Zentrum in Bern in der Schweiz. Aber ich bin sehr viel unterwegs. Ich bin in Deutschland unterwegs, in Österreich, in Spanien, Übersees. Also, ich glaube, in fünf oder sechs Sprachen sprichst du fließend. Fünf, ja. Also, das heißt, die Sprache ist auch egal. Man findet dich auf deiner Homepage. Genau. Warte, ich mache mal kurz Werbung. Wie ist sie denn? Ich habe sie irgendwie auf meinem Zettel. Das ist mein Name, das ist www.sue-tribi.com. Und da sind alle Events drauf oder wenn man News haben möchte. Du bist auch so medial viel unterwegs und da kann man viel über dich lesen, sehen. Toll, danke. Danke, dass du uns diesen Vorhang heute geöffnet hast. Danke dir, Peggy. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es war für euch auch wie immer spannend. Ihr habt auch was zum Lachen, zum Nachdenken und vielleicht auch mal zum Grübeln bekommen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.